Ich habe vom vorherigen Video noch meine Elemente auf der Leinwand liegen gelassen und möchte mit euch jetzt anschauen, was sich hinter synchronisieren verbirgt. Hier das dritte Symbol in der Mitte, unten, da drücke ich hinauf, es wird auch wieder grün angezeigt und rechts fährt ein Fenster herein mit der Überschrift Farbsynch für Farbsynchronisierung. Hier wird auch erklärt, um was es sich handelt, um die Materialfarben anzugleichen, ziehen Sie die Ebenen an die gewünschten Stellen. Was heißt das jetzt? Wie wir schon gehört haben, ist pro Farbe, die wir hier auf der Leinwand definieren, wird beim Herstellen hinten eine Matte in der entsprechenden Farbe erstellt werden. In meinem Fall würden jetzt drei unterschiedliche Matten erzeugt werden mit den drei Farben und die Elemente der entsprechenden Farbe auf der jeweiligen Matte positioniert. Habe ich jetzt viele Elemente hier auf meiner Leinwand und möchte dann aber ein Herz, ich weiß es zum Beispiel, ich brauche nur zwei rote Herzen und eines möchte ich aus demselben Material schneiden wie den Stern und es ist nicht das gleiche Material wie die Herzen, dann habe ich hier die Möglichkeit ganz einfach diese Elemente in den Farben anzupassen. Und zwar seht ihr hier rechts eben in diesem Farbsynchfenster neben allen Elementen, die ihr auf der Leinwand liegen habt, diese drei Linien, diese drei Striche und hier müsst ihr draufdrücken. Ich mache das jetzt mal mit einem Herz und zieht es dann in das entsprechende Farbfeld hier runter, zum Beispiel zu Orange und dieses Herz hat sich dann auch Orange eingefärbt und wenn ich jetzt auf Herstellen gehe, würde das natürlich dann auf der orangen Matte liegen. Und so kann man ganz schnell noch Farben ändern. In dem Fall wäre jetzt die lila Matte verschwunden und ich müsste hier mein Element wieder aussuchen, und bei Bearbeiten eine lila Farbe oder das war so ein lila Blau zuweisen, um diese Matte wieder zu erzeugen, um diese Farbe wieder herzustellen. Die bleibt nicht in meiner Farbsynchronisierungsansicht zu fern oder sobald das letzte Element dieser Farbe einer anderen Farbe zugewiesen wird. Jetzt kann ich noch ein Herz hier zu lila geben und hätte jetzt meine drei Matten. Also die Farbsynchronisierung hilft uns schnell noch mit den Elementen hin und her zu schiften, um zu schauen, aus welchem Material wollen wir welches Element dann schneiden, bevor wir dann zu Herstellen gehen. Das gibt es zum Synchronisieren zu sagen und im nächsten Video schauen wir uns noch die unterschiedlichen Ebenen an, die hier aufgezeigt werden.